Jetzt habe ich gerade Denkfehler. C-S? Das ist hier Dingsen. CSGO. Ja, genau, siehst du? Ich würde jetzt immer Call of Duty sagen. CSGO. CSGO, ja, Entschuldigung. Meine ich doch. Meine ich doch. CSGO. Mann. Ja, klar, Frosty, hau raus. Schreibt mir privat. CSGO habe ich... Stirb. Stirb. Habe ich jetzt mal gespielt? Ja, schon, klar. Aber ewig her. Ist das so pfersig? Ja, lass uns mal schnacken. Ja, ähm. Mach ich auf jeden Fall Hardblocks. Klar. Frelly, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Hilfe! Ich werde angegriffen. Bin gleich tot. Also mein Dino ist gleich tot. Ja, genau der. Genau der war's. Der war's. Ja, ich hab doch. Ich hab doch. Ich hab doch alles dabei. Der hat ganz schön Aua gemacht auf Fury. Boah, der hält aber aus, ne? Ja, deswegen. Der hat mega viel ausgehalten. Du Aas. Counter-Strike Global Offensive. Genau. Razor? Warum folgst du mir nicht? Böser Bub. Böser Bub. Böser Bub. Ein männlicher! Hystrosaurus! Ne! Ja! Aber, aber, aber der dauert doch jetzt bestimmt. Oder willst du den nicht kurz zählen? Aber wir haben doch nur Weiber. Stimmt. Wir wollen doch einen männlichen. Wir suchen doch die ganze Zeit männlich. Willst du den kurz machen? Ich kann den nicht machen. Warte, warte. Ich hab den geschlagen. Wahrscheinlich will er mich nicht mehr. Ne, dann will er dich nicht. Wenn du den gehauen hast, dann will er nicht mehr. Oh, schade. Oh. Wenn du auch immer auch alles erstmal hauen musst, ja? Ja, aber du kannst vielleicht machen. Oh, warte mal. Ja, Moment. Pass mal kurz auf Fury auf. Wo ist er denn? Hier. Ich laufe ihm hinterher. Ah, ah, ah. Warte, ich muss mir erstmal was auf Null legen. Moment. Wo sind denn jetzt? Ach, die hat... Ich muss mir erstmal kurz meine Bären holen. Aus für... Eschen! Wackel mal hier nicht so rum. Mama muss sich konzentrieren. Oh! Warte, warte, warte. Ich hol schnell die Bären. Wir brauchen von jedem Männlein ein Weiblein. Ich bin gleich da. Mama ist unterwegs. Halte aus. Was ist denn mit Samstag, Sonntag? Was meinst du denn, Johnny, Bro? Samstag, Sonntag ist Wochenende. Hochdehende, Wochenende. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier, warte. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch ist erstmal. Eventuell mal freitags oder so mal gucken. Kannst du auch nicht... Von dem will er auch nicht. Nee, weil er wegrennt. Und er entdeckt, der möchte auch nicht von mir getamed werden. Ja. GTA 5, der Spielekostum, Anlösen, kein Guthaben. Oh, das ist so lieb von dir, Sir Alex. Vielen, vielen Dank. Hey Leute, habt ihr, habt ihr? Was kopiert und eingelöst? Winterdanzer. Hablox und Olaf, vielen Dank für euer Follow. Wollen wir weiter? Ja. Weiter, weiter, weiter. Weiter beginnt die Schule wieder? Ja, am Dienstag, ne? Dienstag? Ja. Also, ich weiß von Dienstag, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Okay. Ich hab auch nur zwei Fleisch noch für mich. Ich hab noch sechs und ich hab auch noch ganz viele Beeren. Also, so ist nicht... Ach, Luni? Ja? Wir können auch eigentlich mal hochrennen. Wir laufen so am Wasser entlang. Da oben waren doch eigentlich auch so viele, gell? Aber egal. Ja, dann lass doch mal hochrennen hier, hier ums Eck. Hier so. Ja, okay, komm. Rein. Laufen alle mit? Ja! Also, also, da ist er nur Bastion und der folgt ja dir. Ja, wunderbar. Haben wir zu wenig mitgenommen? Hätten wir die ganze... Die Dodos hätten wir mitnehmen müssen. Wieso? Die hätten uns gerettet. Ja! Mit denen hätten wir wegfliegen können, bei Gefahr. Oh, den wollen wir... Wollen wir den? Welchen? Welchen was denn? Den dreht sie? Ja. Na dann los. Nee. Oh, hier, hier, hier. Was? Hier, 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 hier sind solche Eier. Diese Dings. Hier, siehst du das? Oh, der ist auch cool. Wie machen wir den? Warte, ich... Ist das Fleisch? Äh, ich... Nee, nee, der frisst Pflanzen. Pflanzen? Ich hab, äh... Also, äh... Dingsen. Warte mal, ich... Ich rüste mal schnell... Ah, die Flinte hab ich ja ausgelöstet. Warte, ich schieße schon Betäubungsfeile drauf. Also, Bären frisst er, glaub ich. Ah! Oh nein! Aua, aua, aua! Nein! Nein, nein, nein! Mami! Ah, Schildikowski! Das macht ihr den kaputt. Schildikowski, Frau Zardowski. Nein, 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 nein. Passiv, passiv, passiv. Bitte passiv. Aua, aua, aua. Okay. Ist? Okay. Oh, sehr gut. Er scheint jetzt hier irgendwie sich gerade nicht verzwungen. Weißt du warum? Was denn? Weil, äh... Er ist bewusstlos! Er ist bewusstlos! Warte, ich mach den zweiten auch noch. Den zweiten auch noch. Dann haben wir zwei gleich. Sind nämlich ein Männchen und ein Weibchen. Dann tamen wir beide. Ähm... Nimmst du Narko-Bären oder was? Äh, für die wären Narko-Bären besser, wenn es Pflanzenfasser sind. Warte gleich, warte ich noch. Gar nicht so viel. Guck an. Ich hole gleich noch was. Sonst nimm Fury und, äh, lauf mit dem mal durch, äh, durch die Büsche. Der, der, der hat auch noch ganz viele Bären im Inventar, Fury. Musst du mal gucken. Ah ja, wunderbar. Warte mal, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der steht, der steht da irgendwo eigentlich. Bist du weit weg, mein Kleiner? Du stirbst doch endlich! Aua. Du hast Narko-Bären, oder? Weil dann nehm ich die einfach raus mal. Ich, ja, äh, ja, ja. Ich lass noch ein paar drin. Ja, gut. Ich bin hier gerade noch beschäftigt kurz. Männchen will noch, will noch nicht umfallen. Obwohl er schon gespickt ist mit Pfeilen. Der hat nen Livestream. Kannst du die mal bitte verlinken, Veronette? Ähm. Wer soll, wer soll, was, was verlinken? Jo. Jetzt werd doch müde! Wie viel Betäubung brauchst du denn? So. Warte, ich helf dir kurz. Ich, oh, warte mal. Ne. Oh, mega viel Betäubung. Ach, ich hab jetzt die Samen. In your face! Ist ja doof. Jetzt, jetzt, jetzt hab ich ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Boah! Ey. Ach her je. Du hast viele Betäubungsfehle, äh, Feile, Feile für den Gebrauch. Ja, ich hab ihn. Ankylo! So. Lass mal Bärchen. So. Mal gucken, mal gucken. Zähmen. Level 145. Okay, kein Wunder, dass er so ewig gebraucht hat. Oh je, oh je, der frisst aber wie, wie die Lotte, hm? Warte, ähm, sonst, ich, ich schnapp mir mal Fury und, äh, hol mal schnell noch Bären für uns. Das hab ich jetzt, ähm, eigentlich nicht gedacht, dass wir jetzt, ich wollte eigentlich einen Fleischfresser, deswegen... Ja, den, den holen wir danach. Den holen wir danach. Ja, ja, ja. Alle immer mit der Ruhe. Ich hol jetzt mir mal schnell Fury und dann, äh, du passt bei deinem Mädchen auf und ich bei dem Jungen, ne? Ja. Irgendwie, irgendwie tame ich immer die Jungs und Peachy die Mädchen. Ja, witzig, gell? Ja, irgendwie schon, oder? Ich find's eigentlich ganz cool. Ja, ich auch. Mega. So, ich hau jetzt einfach alle Bären mal rein. Der frisst schon das, was er mag. Hauptsache. Der bleibt mir wustlos und wird gefüttert, ne? Ja, ja, ja. Unbedingt, unbedingt. Falls du dann noch Bären brauchst, musst du einfach bei Fury ans Inventar wieder gehen, ne? Er hat dann ganz viel drin. Kratos? Ich weiß nicht, wann der Kratos nochmal kommen möchte. Oh je, Frosty. Gute Besserung. Gute Besserung, Frosty. Oh, oh, aber das wird schon wieder. Du bist noch jung, du bist voller Energie und genau. Wieso ist denn der Stego hier so angedingst? Soll ich den auch mal gleich mitmachen? Ich ziehe den Stego hier. Der blutet auch schon so. Wenn du magst. Aber übernimm dich nicht, meine gute Pute. Auch wieder wahr. Ja, komm, aber machen wir, oder? Ja, komm, der ist schon so angedingst hier. Komm, komm, komm. Kommst du von hinten? Ich mach vorne Pfeil drauf. Er blutet schon. Der läuft weg. Ja, ja, weil der schon so angedingst ist. Dann haben wir ihn gleich. Ah, der kommt. Bleib stehen. Bleib stehen. Aber ja nicht den Konto treffen, ne? Nee. Haut mich mit seinem Schweif. Wir haben ihn, glaube ich, aber bald. Das ist scheiße, dass er so weit weg läuft. Ja, der, aber... Jetzt hast du ihn. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Und was brauchst du? Äh, ja, auch wieder Bären für den. Bären? Bären, hm. Ja, da kann ich nicht helfen. Achso, warte, ich hole Fury. Kein Problem. Kein Problem. Ich muss hinterrennen. Aber das ist jetzt aber... Ach, das ist... Jetzt habe ich mich erschrocken. Das ist Bastion hier. Das brauchst du aber... Jetzt müssen wir uns aber... Ähm... Das ist kein Problem mit Fury. Hier habe ich schnell mal viele Bären. Also, wo ist denn... Wo liegt denn jetzt das andere Tier? Okay, läuft da. Läuft noch. Okay, der sieht hier auch noch gut aus. Der müsste noch relativ viel haben. Ah, Brooke, hallo, zurück. Ich hoffe, die haben schön gefuttert. Deine Hundis. Yay! Der Ankylo. Fury, komm mal her. Komm mal her zur Mama. Komm mal bei die Mama hier. Sebastian, du bleibst jetzt mal hier stehen. Ja, dann wackelt es nicht immer so. Ja, genau. Folgen deaktivieren, aber angreifen darfst du, ne? Hallo, Bronco! Oh, der ist schon ein bisschen... Der Bronco, der denkt nämlich, dass wir wahrscheinlich wieder sterben. Deswegen ist er mit seinem Riesen-Ding gekommen. Deswegen passt er schon wieder auf. Ja. Was liegt denn hier eigentlich tot rum? Ich hab das schon... Ey, hier liegt ein toter Raptor, Peachy. Ja. Ähm, haut drauf. Ja, ja, ich hab jetzt mal hier ein bisschen abgebaut. Schade. Einen Raptor brauchen wir auch noch unbedingt. Wo ist denn jetzt der Stego? Ach, hier. Der Riesen-Fleischberg. Ah, der ist noch ein bisschen gewusstlos. Okay. Bitteschön. 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 Dodo! Hallo, Dodo! Hallo, Dodo! Wir sind grad voll oft beschäftigt, Peachy und ich, ne? Ja, voll, voll. Aber Peachy, wir haben... Wenn hier schon ein Raptor liegt, dann haben wir hier gute Chancen, hier auch mal einen zu tamen. Ein Raptor. Aber warum geht der bewusstlos Balken runter, wenn ich eigentlich... ...so viel Narcobären hab? Vielleicht sollte ich doch eher Narkosemittel reinlegen, oder? Hm. Weiß nicht, ich glaube, der geht so oder so immer ein bisschen weiter runter. Der braucht, glaube ich, dann relativ viel von dem Zeug, wenn der immer noch weiter runter geht. Weil die so stark sind. Ich hau mal nicht so viel Beeren rein, weil dann frisst er wahrscheinlich. Der muss eigentlich vielleicht mal... Hm. Nee, du kriegst aber keine Bummerbrook, darüber haben wir schon gesprochen. Oh, guck an. Was hast du jetzt hier alles Schönes für Mama? Oh, 81 Narkobären, das finde ich ja prima, finde ich das. Benutzung erzwingen ist vielleicht auch mal nicht schlecht, ne? Was, was Benutzung erzwingen? Von den normalen Bären? Von den Narkobären vielleicht auch mal. Die musst du sowieso erzwingen, die fressen die ja nicht alleine. Jetzt allein. Ach so, dann ist es kein Wunder, dass es runter geht. Also wenn du es nicht erzwungen hast, dann weiß ich mal, warum der Falken runter geht. Läuft bei uns. Aber die anderen Bären, die ist da von alleine, oder? Die anderen ist da von alleine, nur das Narkosemittel und die Narkobären musst du ihm aufzwingen. Dodo, was machst du denn hier? Ach, kennt ihr euch? Dodo Vogel, vielen Dank für den Follow. Nee, Luni kriegt keine Spinze ein bisschen. Der Hunter? Ich kenne, ich kenne nicht der Hunter. Du kriegst eine. Bitte, was? Kennst du The Hunter, das Spiel? Nee. Nee, kenne ich leider nicht. The Hunter, The Hunter. Aber ich kenne sowieso allgemein relativ wenig Spiele, wie mir mal schon aufgefallen ist. Weiß aber nichts. Weiter einsammeln. So, so, so. Dann gucken wir mal zum Stego hinter. Wie es Theme so geht. Hallo, mein Freund. Was geht denn? Oh, wir brauchen noch Namen dann natürlich. Captain Rusty, hallo. Stimberries solltest du ihm auch nicht geben. Die wirken wie ein Stimulant und lassen ihn schneller auffahren. Ja, Stimberries habe ich auch noch nie zum Tame genommen. Hier haben die auch teilweise gar nicht gefressen, das ist mir mal aufgefallen. Kratu, oh, vielen Dank für den Host. Pennt nicht. Ach, der geht schon irgendwann, Pen. Der, der, das klappt schon. Irgendwann. Ach, das geht schon. Was hast du hier noch? Armerbärchen? Sehr schön. Die isst du jetzt mal. Die isst du jetzt mal. Oh, ich habe Hunger. Ich verhungere gleich. Mal kurz mit mir ein bisschen Fleisch in die Figur hauen. Heul, heul, wein, wein, aua, aua, aua. Hast du diesen Fortekeller mit der Fernsteuerung? Verflucht? Seist du Technologie. Ach. Streamst du Wochenende auch? Emry! 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 Emry!